der mann was ansporn okay weil sie muniz sind wir schon krass langsam sieht ein wagen echt gut aus das lange dann der wenn du das nicht gewinnen kannst der mann war das nicht in petto wird nur 216 warten also beeil dich ja da ist ja mein termin war ein termin kann nur 216 warten geil ich warte nein 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 ich warte nur zwei minuten 16 sekunden ich war eben mit dem buch vollkommen überrascht aber der wagen der neue sammatz ist sogar der bergabung der lehrer um von mittelspure fahren das wird die erste reine von nicht von der scheiße aber kein Audio nicht dafür Sehr gut. Auf Wiedersehen. Ich bin noch einmal rum dann. Ich bin ja gleich schon in der Mitte. Replay ist bis jetzt ja noch nicht verloren. Das würde aber schon mal passieren. Lertig. Ah, muss ich noch einmal rum da. Hoffentlich besser. Oh, nicht mehr Tunnel oder. Nicht Tunnels. Oh, nicht mehr Tunnel Alter, nicht Tunnel. Uuuuuh, ich mache es so spannend. ich habe nicht mehr ich habe nicht mehr na ich kann aber zu Ende fahren ich habe eine Sekunde war ich zu langsam ich bekomme immer nichts ich habe keine Punkte bekommen das war schon mal gut okay das war zum ersten Mal und nie verloren da war ich jetzt egal nochmal na gut dafür haben wir keine Autos aber dafür ja aber eine Sekunde es war eigentlich unser Nachbar also es war ja eine Sekunde raus hey wäre ich mich gar nicht so am Anfang so blöd verheddert dann wäre alles gewinnen hey zum Glück habe ich einen neuen Mazze und gleich habe ich braun sie jetzt청 mit dem zuvor der 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 und der der Ich weiß nicht, ich bleib mir endlich schneller. Der hat mit mitgepacken. Ja, aber ganz knapp. Wuh! Alter! Alter, du har aldrig Sekunden. Hilfe, Hilfe. Hurtig, Alter. Ja, da. Hibbertrin. Hibbertrin, junger. Oh, Alter. Damit wird dein Wagen der totale Renner. Überzeugen. Den hier, den hier. Hände abbrechen. Genau. Soll die Aufnahme verloren gehen, hab ich immer noch mal von da aus neu spielen. Was ich nicht will. Freunde, gewinnt man leicht? Und verliert sie leichter. Du denkst also, du bist abgefahren, ja? Tja, ich hab das alles schon geschafft. Also nix besonderes. Du fahrst Eddie heraus, dann musst du die Konkurrenz besiegenen. in der nächsten Reihe ist Zermemper. Oh, wow. Die, 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 die Teile gibt. Geil. Okay, frei gewählt, man verliert sie leichter. Okay, dann gehen. Ich hab dir vertraut. Und, und jetzt willst du dich mit mir anlegen? Wir sehen uns auf der Straße. Penner. Warum hast du mir dann vertraut? Das war ein Fehler. Alter. Okay. Krass. Das ist ja voll, ja. Tut mir leid. Nimm mir beide, oder was? Gern, deine Buck da rum. Oh, Gott. Windschatten. Ich hab dir vertraut. Ja. Das war ein erster Le... Ah, fuck, ey. Du hast mich... Na... Bist. Egal, komm. Ja, ich hab dir vertraut. Ja, weißt du... Ah, komm jetzt schon. Ich hab dir vertraut. So macht man das mit Freunden. Guten Freunden schmeißen wir aus dem Rennen. So. Ja. Aber komm, wie wird's neue Freunde finden? Wenn man Freunde verliert, findet man neue. Ja, die nicht mal Auto fahren kann. Aber auch einfach verlernt, weil sie rausgerenkt haben. Da sind wir auch vom Verlern. Neulich. Gut, für mich hätte ich gesiegt. Er sagt, die mal fahren muss. Ja, aber gut. Wenn du mir mal... Er hat sich zum Beispiel mal bessere Zeiten gegeben. Ich mein, wo waren wir denn eigentlich auf Freunde? Ich mein, du hast dich hier durch die Straßen gehetzt. Und hast mir die Teile nicht umkostlos gegeben. Oder in einem guten, ne? In einer guten Zeit. Nein, die müssen wir auch auf die Sekunde schaffen. Weil wo ist das ein Freundschaftsdienst, ey? Toller Dienst. Mein Freund, wo sie nicht auch in einer Sekunde da sein. Und schriegt das nicht mehr auf die Sekunde. Das ist okay. Ne? Wenn man zwei Minuten später kommt. Und dann sagst du, ne, dann bin ich halt weg. Das machen meine Freunde mit mir nicht. Will ich ja auch mal gesagt haben. Also, ne? San Mampfer. Tut mir leid, aber... Ich hätte dich heute... Ich hätte dich trotzdem besiegt. Auch hätte es gut. Auch wäre es ein Bender gewesen. Egal. Egal. Ich habe dir vertraut. Ja, das ist jetzt ein Mütterfehler gewesen. Ja, genau. Das ist wohl der Eddy, ne? Der will gestritten. Genießt die Skyline. Schätze, du bist Rennfahrer geworden, weil du bei den Ladies keine Chance hattest. Schickt die Besten der Besten in einem Ein-Mind-Rack auf Sank... Was? Auf Main Sank mit langen Gesichtern nach Hause. Ja, easy. Geil. Ich habe mich fast bekommen, aber nur fast. Abgehoben. warming. In Nissan, in Nissan habe ich wo kaum froh. Junior, wer zuerst kommt. Ich weiß ja, dass du immer mehr willst, aber gegen Samantha, das war echt dumm. Ich gehe als Sieger raus, diesem 4-Runden-Drag von Ian Downton davor. Das mit Samantha war dumm, ja. Wow. Wo ist es? Ja, egal, verdammt, das war dumm, das war scheiße. Auch scheiße. Ja. Ah, das. Nein, neu starten. Ja, ich bin auch ausgewe... Ey, ihr wisst es. Du spät. Ja, du machst die Steuerung nicht, das ist dumm. Ja, eigentlich so schnell gemacht. Ja. Ey. Ja, wann geht das denn? Wann geht das auf einmal los? Mensch. Ach, komm. Ey, wenn da irgendwann ein Timer wäre, ne? Ja. Ah, das ist so, Zucker, ja. Ich bin, ich bin rübergezogen. Ja, du musst schon am Anfang gewollt ziehen. Du musst euch gucken, dass ich ganz recht zeichne. Also mit gleiche Recht an Ordner. Ich war recht... Hör doch mal auf, ich war doch ganz... Ach, komm schon, als ob jetzt. Ja... Ey, einmal, sorry, klappt es reich. Oh, ich hasse diese Ränge. Ich bin so blöd, ey. Ja, wir müssen wirklich sein. Bitte reich nicht. Ja, komm, alle überholen. Ja, klar. Genau. Ja. Was ist das? Oh, komm schon. Ey. Wie ein Arschloch. So. Na, egal. Geschafft. Zwei davon. Ja, ich bin wrang. Überholen. Das war wohl. Ja, ich bin so blöd. Oh, komm. je. Ich bin Teddy. klos. Und ich bin David verdadeir. 幻kehrt. Ja, ich bin fast. Heil. Na, ich bin lebt. Da. Ja, ich bin inverter. ja 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 alter diese blöden Dinger die gerne musste auch auf alles achten Nein, ich hatte die Schalt-Scheiße. Strecke nicht ganz. Ja! Ja! Okay, kickt mich aus dem Rennen. Ja, danke. Kickt mich einfach aus dem Rennen. Kickt mich aus dem Rennen. Ja, natürlich. Ja! Klar. Was soll ich denn machen? Ich kann mich doch nicht... Rennen starten. Ja, zu mir geht nur, wenn man... Problem ist nicht. Ja, weil sie ist das, man. Die ist der Fickte. Ja, ich schalte die ganze Zeit, ne? Warte. Problem ist... Ja, wieder verkackt. Ja. Die werden schon obertürt, als ob du... Ja, jetzt lass mich doch mal durch, Mensch! Stück Scheiße, Alter. Bin recht. Ich fahr nach links. Bin recht. Ich fahr nach links gedrückt, ja. Ey, das ist so ein dummes Rennen wie der, ey. So ein behindertes... Was man die auch immer schwerer machen muss. Hauptsache, die sind schwer, ob die Spaß machen ist. Scheiße. Ich hasse diese Rennen. Ah, die... Ah, geht Gott ab. Jetzt mal Neustart nennen müssen. Ja, was ist das, Mensch? Ja, toll. Dann bremst du mich aus. Ja, geil. Dann bremst du mich aus. Ja, geil. Ich komm nicht mal links. Ich komm nicht rüber. Äh, ich bin doch ganz links. Ja, ich komm nicht mal rüber. Ey, was ist das? Kann man nicht nur noch mal... Dann... Weil... Ah, hey... Ja, toll. Ich komm nicht, ja. Geil. Ich war ganz links... Ja, da. Wenn ich aber noch mal... So dumm. Ja. Wenn du es da nicht perfekt schaffst... Jetzt hör doch mal auf mich zu ran! Mensch. Links. Ja. Der führt dich nach links. Der führt dich nach links. Hä? Der fährt nicht nach links! Hey, was ist denn da so ein Scheißrennen? Ich würde... Ich würde... Alter, ohne wird er mussten. Ich weiß gar nicht, wer jetzt nachher bei Underground ist, weil Underground 2 auch machen muss. Deswegen muss man das nicht mehr machen müssen. Na, wenn ihr existieren werdet, wie? Ich hab doch gedacht... Ah, ja! Also ich muss noch... Wieso muss ich denn vom Gast gehen? Warum? Warum muss ich denn vom Gast gehen und lenken? Das ist ein Scheiß! Ja! Müll! Nicht ehrlich, das sind Müll wieder. Ich muss doch vom... Du beschissener Ohrensohn! Alter! Was ist das? Ja, toll! Wie soll ich denn das auch noch... Alter! Ja, siehste! Klar! Na, der liegt ja so... Ohne das! Hör mal! Alter! Ohne Witz! Ja, was soll ich denn machen? Hey, jetzt hör doch mal auf mich zu rammen! Witz! Ja! Richtig! Wichtig! Bitte! Oh Gott sei Dank, der Mist ist fertig Alter. Der Mist ist fertig, Gott sei Dank! Ey! Scheiße, Mist, Alter. Äh, kack rein. Besser Start, oder wenn ich das? Ja, komm. Mal fertig, Mist. Ah, Alter, ich hoffe nicht. Das wäre, ich glaube, ich kann man nicht überspringen, weil... Äh, und zwar wenn ich da bin. Da sind ja ein bisschen besser. Da sind ja ein bisschen besser. Da sind ja ein allgemein besser. Aber wir haben ein bisschen Glück. Ah, geil. Oh. Oh. Gott sei Dank ist vorbei. Mist, Alter, was für ein Mist. Gott sei Dank. Genau. Oh. 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 Schöder. Hey, betray. B definitiv. Das war doch so schon. Ja, ich habe gelegt. Ah, ich habe gelegt, aber... warum ich habe drei gemacht das reichte dieses waren die so stolz auf ihre scheiße davon möchten die menschen ich glaube glaube ich habe mich underground direkt rechts rennen zu machen der einzige grund ja haben mich raus da ich drücke ich drücke die taste aber tut es nicht warum wieder so easy peasy immerhin bekriegen das ist warum gibt es ein täter der reihe über drei von mir aus dem fall eigentlich nur drei aber warum noch mehr als ob jemand diese scheiße wirklich mag ich finde es witzig wenn man hier guckt das macht kein mensch es ist nicht ein ernst war doch dann zu mensch war doch einfach nein der vierte trug hat damit sein fahr doch über die kreuzung anstatt da lang zu tuckern nutzt das scheiß gas pedal doch einfach ich höre doch machen ja rammt mich alle weg ja geil ja gut das habe ich nicht mehr aber erreicht es egal wenn das jetzt reichen ist okay ganz ehrlich scheiß drauf kann ich die prämie eindammeln ja komm rückwunsch 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 weiter ja weiter Vielen Dank.